So, nochmal. Post aus Österreich. Was da wohl drin ist, schauen wir direkt mal. Da ist ein Zettel dann dabei. Das Zurückschicken, den können wir direkt wegwerfen. Hier ein T-Shirt von Novritsch. Das Maintenance-Kit, ein zweites CO2-Magazin und die SSP1, wo das unten so runter ist. Ist das nicht nett von dem Neuwirth? Vielen, vielen Dank, wie ein CO2-Magazin aussieht bisher. Das ist sehr schwer, wie ich finde. Die können wir direkt da mal reinlegen. Einlegen. So. So. Dann kommt da jetzt CO2-Magazin rein. So ist angestochen. Und dann kommt dann der Widerstand und dann in einem durch. So. 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 Das ist dann die SSP1. Ordentlich gefettet. Vielleicht sieht man es ja. Als weitere nachher im Schluss des. Die SSP1 ist ja. Der Schebwerb ist es tier 8. Das war's für uns. Also habe ich mir diese Zeit aus. Das ist ja. Wer ist jetzt aufgedragen. Wenn dich dann mal kurz zu tun. Dass du das rauskriellst. Ich verstehe mich und dich doch einfach. Das ist ja. Untertitelung des ZDF, 2020